Die Bibelstudie, die ich heute beginne, das ist eine kleine Serie, ist eine ganz einfache, grundlegende Bibelstudie. Jetzt kein Melchizedek oder irgendwie so was Fancy-mäßiges oder was man kaum mal gehört hat, sondern was ganz Grundlegendes, was für uns wichtig ist. Am Anfang, als wir zum Herrn gekommen sind, da hat der Herr den einen oder anderen ja schon bekämpft. Und vor allen Dingen, als es dann hieß und du hast deinen Verwandten erzählt, ich möchte mich taufen lassen auf den Namen Jesus Christus. Da ging der Kampf schon los. Wie, was, bist du verrückt? Du bist ja schon getauft als Baby. Was, willst du dich nochmals taufen lassen? Ja, die Bibel sagt es so. Nein, du bist richtig getauft. Ja, aber die Bibel sagt doch was anderes. Und die Diskussion, die ging hin und her. Und Vorwürfe wurden vielleicht gemacht. Wo bist du da reingeraten? Das ist ein Kult, das ist eine Sekte. Leute, die wollen nur dein Geld. Das sind alles nur Seelenfänger. Und da hast du schon den Kampf gespürt, der über dich kam. Und du hast schon gedacht, was ist denn jetzt hier los auf einmal? Und dann hast du dich aber trotzdem taufen lassen. Du hast dem Kampf widerstanden. Und du bist wiedergeboren worden aus Wasser und Geist. Hast sogar den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt ist ein wunderbares Leben. Du fühlst dich so gut am Anfang. Es ist alles so toll. Du schwebst auf der Wolke sieben, wie man so schön sagt. Alles ist toll. Jetzt ist endlich alles erledigt. Aber jeder von uns, der schon ein paar Tage dabei ist, weiß ganz genau, es ist nicht vorbei. Oh nein. Denn jetzt ist der Feind unserer Seele immer noch am Arbeiten. Der hat nicht aufgehört. Der hat nicht gesagt, okay, jetzt hat er sich taufen lassen, hat den Heiligen Geist empfangen. Alles klar. Ich höre jetzt auf. Herr, du hast gewonnen. Fertig. Das ist nicht der Fall. So, der Feind unserer Seele, der möchte uns trennen von der Liebe Gottes. Und das macht er, indem er unseren Sinn angreift, unseren Körper angreift, unsere Seele angreift oder auch unseren Geist angreift. So, er versucht, Verschiedenes von uns anzugreifen, damit er uns von dem Herrn wieder trennen kann. Ja, Herr, ich bin jetzt zu dir gekommen. Warum bin ich jetzt krank? Warum? Ich gehe jetzt schon fünf Jahre mit dir, Herr. Und warum habe ich jetzt diese Krankheit bekommen? Da ist doch was nicht in Ordnung. Und das versucht der Teufel, einem einzureden. Und er versucht, den Körper anzugreifen, um denjenigen und diejenigen von dem Herrn wegzubringen. So, das Thema ist heute die Feinde unserer Seele. Und zwar heute ist es das Fleisch. Nächstes Mal kommen noch zwei andere Feinde unserer Seele. Heute ist es aber das Fleisch. Deswegen ist es eine ganz einfache Bibelstudie. Aber das ist eine wichtige Bibelstudie. Er greift unser Fleisch an. Wenn du jetzt neu bist in der Gemeinde, dann hörst du, er greift unser Fleisch an. Dann musst du verstehen, was damit gemeint ist, mit Fleisch. Es ist nicht gemeint, unser Körper. Wenn wir als Reden in der Predigt, ja, das Fleisch ist gegen Gott und das Fleisch ist unser Feind und so weiter. Dann müssen wir verstehen, das hat mit unserem Körper hier gar nichts zu tun. Der Körper, der kann nichts ausrichten und gegen Gott schon gar nicht. Und um den geht es gar nicht, weil der Körper wird eines Tages vergehen. Das ist nicht das, was den Herrn interessiert. Und das ist auch nicht das, was den Teufel interessiert. Sondern es geht um deine Seele. Und er versucht deine Seele dahin zu bringen, dass sie in Verdammnis sein wird, dass sie verurteilt wird. Das ist das Ziel von dem Teufel. Und er versucht das zu erreichen, zum Beispiel durch das Fleisch. Wenn wir das Fleisch anschauen, unter der Strong's Concordance zum Beispiel, die beschreibt das mit dem Wort aus dem Griechischen, das ist das einzige griechische Wort versprochen in dieser Bibelstudie. Und dieses Wort heißt Saraks. Und das hat zu tun mit der menschlichen Natur, mit all ihren Unzulänglichkeiten, also mit all ihren Fehlern, alles was mit der menschlichen Natur einhergeht, mit der gefallenen Natur und auch mit ihren Leidenschaften und Verlangen, die diese menschliche gefallene Natur hat. Wenn wir von Fleisch reden, von Fleischlichkeit reden, dann reden wir genau davon, von diesen weltlichen Verlangen, die diese gefallene Natur hat. Wir reden von Sinnlichkeit oder wir reden auch danach, weltlich orientiert zu sein, nach den Dingen dieser Welt. Das spielt mit eine Rolle. Das ist, wenn wir über das Fleisch reden. Also all diese verdorbenen Verlangen, die eine sündhafte Natur mit sich bringt. Wo kommt das alles her? Der eine oder andere hat es schon ein paar Mal gehört, das ist nichts Neues. Da gab es mal zwei Menschen. Adam hieß der eine Mensch, der andere Mensch hieß Eva. Und sie waren da in einem Garten, für alle Botaniker, hey, die waren in einem schönen Garten. Da gab es kein Unkraut, da gab es keine Schädlinge, die da rumgekrabbelt sind. Da war alles wunderbar. Aber es kam der Tag, an dem sie nicht mehr in Harmonie waren mit Gott und sie sind in Sünde gefallen. Und dieser Sündenfall hat einen Fluch über die Erde gebracht, über die Bewohner dieser Erde gebracht und somit auch über die Menschen gebracht. Und jetzt dieses Gesetz der Sünde, wie es auch als genannt wird, dieser sündhafte Zustand, der wurde jetzt immer wieder auf die nächsten Nachkommen übertragen. Also alle Nachkommen ab Adam und Eva an, die haben schon eine sündhafte Natur. Sie können nichts dafür. Es ist einfach so, weil die beiden gesündigt haben und gefallen sind, ist dieser Fluch über die Menschheit gekommen. Und es ist bis heute noch, alle Menschen, die geboren werden, ja, diese kleinen, süßen Babys, die so unschuldig aussehen, die so nett sind, die so lachen oder schreien, je nachdem, auch die sind in Sünde geboren. Und die können dafür gar nichts. Die sind auf die Welt gekommen. Aber die sündhafte Natur ist dennoch da. Und wenn die Kinder machen können, was sie wollen, dann wirst du irgendwann sehen, wie diese sündhafte Natur von ganz alleine kommt. Die werden von ganz alleine zornig. Die werden von ganz alleine jemanden hingehen und die Schaufel über die Rübe ziehen. Die werden von ganz alleine zur Mama oder zum Papa sagen, nee, habe ich nicht getan. Ich habe den Keks nicht gegessen und alles voller Krümmel und Marmelade im Gesicht und so weiter. Nein, nein, war ich nicht. Und ja, wenn wir vielleicht so Videoclips davon sehen, ist das putzig und ist irgendwie lustig, aber es ist diese gefallene Natur, die das macht. Ganz automatisch. Du musst dich nicht anstrengen, ein Sünder zu sein. Das ist so einfach, weil wir das von Natur aus gewohnt sind. So sind wir aufgewachsen. Alle anderen auch da draußen, die können nichts dafür, dass sie Sünder sind. Aber sie können was dagegen machen. So wie du und ich, wir haben was dagegen gemacht, als wir gehört haben auf den Ruf Gottes, als wir uns haben ziehen lassen von dem Geist Gottes zu ihm und waren ihm gehorsam. Da haben wir etwas dagegen gemacht. Ich möchte etwas lesen über das sündhafte Fleisch, Römer 7, Vers 18 bis Vers 25. Römer 7, 18 bis 25. Wenn es auf dem Bildschirm ist, sag Amen. Gut. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wow. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wie viele Menschen da draußen gibt es, die eigentlich etwas nicht tun wollen, aber sie tun es trotzdem, weil sie keine Kraft dagegen haben. Im extremen Fall sind es vielleicht Menschen, die süchtig sind nach irgendetwas. Egal was für eine Substanz oder egal nach was anderem. Es gibt ja auch Menschen, die sind nicht nach Alkohol oder sonstigen Drogen süchtig, sondern die sind süchtig nach Macht, nach Anerkennung. Sie sind süchtig nach Party, nach Sex oder was auch immer. Also es gibt mehrere Dinge. Und sie wollen, manchmal wissen sie es auch, vom Verstande her, ha, das ist nicht so gut. Vielleicht nicht mal, weil das die Bibel sagt, sondern weil andere das sagen, aber trotzdem können sie es nicht. Vers 20. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Da denken einige, super, das ist ein Freifahrtschein, ich kann ja gar nichts dafür. Wenn ich sündige, das ist nicht meine Schuld. Ich kann nichts dafür. Wir müssen nur verstehen, das hier ist der Zustand der Menschen damals, als sie unter dem Gesetz waren. Als es noch keine andere Möglichkeit gab, für die Menschen, das zu überwinden, darüber zu stehen. So war es mal. Vers 21. So finde ich nun das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Wie gesagt, ich kann nichts dafür. Ich will es abschütteln, aber es hängt mir an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. So ist es den Israeliten im ganzen Alten Testament ergangen. Sie haben das Gesetz von Gott bekommen. Das Gesetz war gut, das Gesetz war keine Sünde. Das Gesetz hat ihnen erst mal gezeigt, dass sie ein Sünder sind und dass sie in Sünde leben. Und in ihrem Verstand haben sie die Gebote auch verstanden und begriffen und wollten es vielleicht sogar auch einhalten. Und an manchen Tagen hat es wunderbar funktioniert und an manchen Tagen kommt die Ausrede, ich habe nicht so viel Willenskraft mehr. Ich muss so viele andere Sachen einhalten. Ich habe die Kraft dazu nicht mehr. Und in diesem Alten Bund unter dem Gesetz war das auch verständlich, weil da die Kraft fehlte, die mittlerweile in denjenigen wohnt, die wiedergeboren sind aus Wasser und Geist. Der Heilige Geist. Er gibt uns die Kraft, dass wir das Wollen auch umsetzen können. Dass wir über das Fleisch regieren können. Das ist eigentlich nicht, dass wir über das Fleisch so wirklich regieren. Es ist der Geist Gottes, der über dieses Fleisch regiert. Aber das macht der Geist Gottes nicht einfach so automatisch, sondern so ist nun mal der Herr, der Herr ist ein Gentleman. Der Herr drängt sich niemanden auf. Wenn jemand nicht will, will er nicht. Und so ist es auch mit dem Fleisch zu unterdrücken. Wenn wir es nicht wollen und es einfach geschehen lassen, dann wird der Herr das auch zulassen. Er wird uns vielleicht daran erinnern und sagen, Hallo, Hallo. Und dann sollten wir hoffentlich aufwachen und sagen, oh Herr, hilf mir, vergib mir, gib mir die Kraft, dass ich darüber stehen kann durch deinen wunderbaren Geist. Das ist etwas, ein Privileg, das wir heutzutage haben, aber die Menschen damals hatten es nicht. Und die hatten ein Verlangen auch danach. Nicht nur ein Verlangen nach dem Messias, sondern sie hatten auch ein Verlangen, so leben zu können, wie Gott es von ihnen möchte. Die Seele, die in ihnen war, hatte dieses Verlangen. Unser Erbe haben wir von Adam bekommen und Eva, das ist diese sündhafte Natur. Und diese sündhafte Natur, die haben wir ein Leben lang hier auf Erden. Du wirst diese sündhafte Natur nicht abstoßen, nachdem du getauft worden bist aus Wasser und Geist. Weil keiner von uns, als wir aus dem Wasser herauskamen, haben in Zungen gesprochen, auf einmal sind wir durch Wände gegangen. Versuch es nicht. Du tust dir weh. Wir haben noch keinen verherrlichten Leib. Wir haben immer noch diese sündhafte Natur, solange wir hier auf dieser Erde sind. So als Gott uns erlöst hat oder uns errettet hat, aus der Sünde herausgeholt hat, da hat er nicht unsere menschlichen Verlangen weggenommen. er hat nicht unsere menschlichen Gefühle aus dieser Natur genommen. Er hat auch nicht unsere Neigungen, diese fleischlichen Neigungen von uns weggenommen. Das ist alles noch da. Aber wir können es tot halten, diese Dinge. Aber da sind sie trotzdem noch. Sie versuchen immer mal wieder vom Grab aufzustehen und zu sagen, hey, das war doch noch so schön damals. Kannst du dich noch erinnern? Da war doch alles viel leichter als jetzt. Es ist doch so anstrengend, jeden Dienstag auch noch zur Bibelschule zu kommen. Sonntags, das reicht doch. Du musst nicht auch noch am Dienstag kommen. Mach dir doch nicht so viel Stress. Der Herr möchte doch bestimmt auch, dass du dich entspannst. Nicht am Dienstag, wenn es geht hier. Zurücklehnen, einschlafen. Aber das ist auch das Fleisch. Das Fleisch möchte es bequem haben. Oft ist es so, dass unser Fleisch es nicht möchte, dass der Status quo herausgefordert wird. Besonders, wenn es um geistliche Dinge geht. Es haben die Menschen da draußen in der Welt schon Probleme als, wie es so schön heißt, ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Wie viel mehr ist es dann als ein Kampf, wenn es um geistliche Dinge geht. und du siehst es daran, dass dein Fleisch versucht, wieder die Überhand zu gewinnen, wenn du geistliche Dinge tun möchtest, aber du fühlst dich nicht so danach. Heute habe ich aber keine Lust zu beten. Der Herr wird schon gnädig sein, wenn ich heute nur zwei Minuten bete. Die Bibel schon wieder zu lesen. Und dann soll ich auch noch nach Möglichkeit sogar die Bibel studieren. Zwei Stunden am Stück und andere Dinge, die mit dem geistlichen Leben zu tun haben. Und da bin ich ganz offen und ehrlich. Es ist nicht so, dass es jeden Tag für mich alles so einfach ist. Auch ich habe Fleisch, die fleischische Natur und die kämpft auch und ich muss auch dagegen kämpfen, jeden Tag. und ja, ich bin nicht in allen Dingen jeden Tag immer erfolgreich. Aber das ist die Gnade Gottes, dass ich trotzdem noch hier bin. Dass selbst, wenn ich es mal nicht schaffe, wenn mal mein Fleisch stärker war, kann ich immer noch zum Herrn gehen. Und der Herr weiß, wir sind noch nicht vollkommen hier auf dieser Erde. Er weiß, dass wir manchmal schwierige Zeiten durchmachen, manchmal uns nicht so fühlen und 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 der Herr ist, ich glaube, manchmal sogar nachsichtiger als ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde. Der Herr weiß nämlich viel mehr als ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde über dich. Auch wenn der Bruder oder die Schwester sehr neugierig ist, der Herr weiß trotzdem mehr. Unsere Seele ist also erlöst, aber unser Körper, der ist noch nicht erlöst. Es ist unsere Seele, die er der Herr erlöst hat und errettet hat. Und dann kommt der Körper erst später. Aber weil das der Fall ist, haben wir immerhin einen Kampf oder immer wieder einen Kampf mit unserem sündhaften Wesen. Wir lesen es nicht, in 2. Korinther 4, Vers 7 steht, dass wir jetzt einen Schatz haben in irdischen Gefäßen. 2. Korinther 4, 7, wenn jemand aufschreiben möchte. Und dieser Schatz, das ist der Herr, das ist Gott, das ist der Heilige Geist, der jetzt nicht in irgendeinem verherrlichen Leib wohnt, sondern in diesem irdischen Gefäß, in diesem irdischen Wesen. Und das ist ein Privileg, dass er das überhaupt macht, denn dieses irdische Gefäß, das ist nichts wert. aber der Herr ist gnädig. Unsere Seele, die hat er errettet, erlöst, unser Körper wird noch folgen. Eines Tages, und zwar bei der Entrückung oder bei der Auferstehung, falls jemand vorher schon verstorben sein sollte, vielleicht nicht verstorben sein sollte, bei dieser Entrückung bekommen wir einen neuen, einen verherrlichten Leib. Das können wir oder könnt ihr nachlesen in 1. Korinther 15, die Verse 35 bis 49, ich lese aber nur den Vers 44. Ich sage es euch nochmal, 1. Korinther 15, Vers 35 bis 49, aber ich lese jetzt nur den 44. Vers. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, den kennen wir alle, so gibt es auch einen geistlichen Leib, den werden wir kennenlernen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir aussehen werden auf der anderen Seite, das ist alles nur Spekulation. Ich weiß nicht, ob wir unsere Morphologie irgendwo beibehalten werden, sodass man sich untereinander erkennen kann. Weiß ich nicht. Das ist alles nur eine Spekulation. Es könnte sein, weil als Jesus von den Toten auferstanden ist und hat einen verherrlichten Leib gehabt, haben sie ihn ja auch erkennen können. Erstmal haben sie sich glauben können, das ist ein anderes Thema, aber dann haben sie ihn ja auch erkannt. So kann es durchaus sein, dass wir so aussehen, so ähnlich aussehen, zumindest, wie wir jetzt aussehen. Der ein oder andere sagt jetzt, oh Herr, sei uns gnädig, guck uns in den Spiegel an. Das sind alles nur Spekulationen, steht nicht in der Bibel, so macht dir keine Sorgen, vielleicht ist der Herr gnädig und wir alle haben einen Top Körper auf dieser anderen Seite, unsere Gesichtszüge sind erhalten geblieben, dass wir uns erkennen können, ich weiß es nicht, keine Ahnung, oder wir alle haben so eine Masse auf der anderen Zeit, dann fällt es gar nicht mehr auf, ich bereite mich schon mal drauf vor. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, wir wollen bei dem Herrn sein, eine ganze Ewigkeit und egal, wie wir dann hinterher aussehen werden, eines ist sicher, wenn der Herr etwas macht, dann macht er es gut und wenn der Herr diesen neuen Leib bereitet, dann ist es ein vollkommener Leib, so brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. verstanden sind dann von den Toten, dann haben wir dieses sündhafte Wesen nicht mehr an uns, wir sind es los geworden, wir haben dann auch mit dem Fleisch nicht mehr zu kämpfen und mit anderen Dingen auch nicht mehr, weil dort wo wir hingehen, da kommen nur diejenigen hin, die der Herr zu sich ruft und sonst keiner. Da wird kein Teufel auf der anderen Seite sein, da wird keiner sein, der den Bruder oder die Schwester verachtet oder hasst. Das wird nicht der Fall sein und vor allen Dingen das Fleisch wird dort nicht sein. Bisschen was zu den Werken des Fleisches haben wir schon was gehört am Sonntag in Galater 5 die Verse 19 bis 21 Ich fliege mal ein bisschen drüber über diese Verse Galater 5 19 bis 21 Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches die das sind Unzucht Unreinheit Ausspeifungen Götzendienst Zauberei Feindschaft Hater Eifersucht Zorn Zank Zwietracht Spaltung Neid Saufen Fressen und der gleichen und dann geht es weiter und davon habe ich euch vorausgesagt und sage euch noch einmal voraus die solches tun werden das Reich Gottes nicht ererben und die Liste es sagt ja nach Fressen sagt er und der gleichen das heißt die Liste hier ist nicht vollständig da gibt es nur einiges mehr was er hätte drunter schreiben können oder einiges mehr könnte ich jetzt noch aufführen tue ich jetzt aber nicht wegen der Zeit aber wir sehen das fleischliche Wesen ist verdorben und gefühlt weiß ich ob das objektiv ist aber gefühlt hat man den Eindruck dass diese Verdorbenheit des Fleisches zugenommen hat über die Jahre Jahrzehnte Jahrhunderte Jahrtausende dass es immer schlimmer wurde aber das ist so ein gefühlter Eindruck weil es gab ja auch damals Zeiten Sodom und Gomorra da ging es ja auch ordentlich zu und da ist es auch öffentlich praktiziert worden Sodomie und so weiter wie wir es auch heute wieder kennen und die Schrift sagt uns auch so wie es war in den Zeiten Noas es ist heute und so weiter dann sehen wir wahrscheinlich ist es nicht schlimmer geworden sondern nur in unserer Wahrnehmung finden wir es vielleicht schlimmer was jetzt auch keine riesengroße Rolle spielt aber wir sehen an diesen Dingen wie verdorben das Fleisch ist es erstaunlich erstaunlich wozu ein Mensch alles fähig ist wenn du als mal liest oder irgendwelche Zeitungsartikel liest oder andere Dinge siehst oder auch hörst was manche Menschen anderen Menschen angetan haben da denkst du wie kann das sein so furchtbar so schrecklich das ist die sündhafte Natur das ist keine Entschuldigung und Ausrede für diese Person dass hier was weiß ich ein Serienkiller ist oder wie auch immer aber der Grund ist diese gefallene Natur und natürlich müssen solche Personen auch zur Rechenschaft gezogen werden aber wenn solche Personen das muss uns auch klar sein wenn solche wie wir sagen schlimme Personen zum Herrn kommen können auch die Vergebung bekommen können auch die das ewige Leben bekommen vielleicht werden sie trotzdem ihr Leben lang weiterhin in einem irdischen Gefängnis sitzen müssen für das was sie getan haben das mag ja sein aber vor dem Herrn sind ihre Sünden weg was das für eine Gnade ist was was für wir wir als Menschen wenn wir unsere menschliche Natur da freien Lauf ließen wir würden da keine Gnade haben für solche Menschen also so geht es mir ja auch und ich merke auch immer mal wieder wie das Fleisch hochkommt wenn du so etwas liest so ein Bericht über so eine schlimme Tat wo dann Fleisch hochkommt wenn ich den in die Finger kriegen würde den würde ich nicht einfach so verhaften den würde ich erst mal eine Ups Entschuldigung hab dich aus Versehen getroffen haha und würde ihn richtig spüren lassen was er da angetan hat das ist das Fleisch das ist das Fleisch in uns und da müssen wir beten und sagen her nimm diese Gedanken von mir lass uns an gute Dinge denken und wenn du damit Probleme hast dann lies diese Dinge gar nicht schau dir sie gar nicht an flieh von den Dingen geh weg von diesen Dingen das ist das das Beste weil der Feind versucht irgendwie Fuß zu fassen in unserem Leben auch durch solche Dinge so wir müssen uns tagtäglich anstrengen die Werke des Fleisches zu unterdrücken und wie schon sagt es sind nicht wir es ist die Kraft des Heiligen Geistes aber wir müssen es zulassen es ist unser Wille der entscheidet ob jetzt der Geist Gottes wirken soll oder nicht so viel das ist auch eine enorme Kraft wenn du dir mal überlegst das heißt aber nicht dass unser Wille stärker ist als Gott sondern Gott respektiert ihn nur er hat sich nur gesetzt und gesagt ich respektiere den Wille des Menschen er könnte jeden Menschen zu allem zwingen aber er hat sich freiwillig ordnet er sich dem Wille des Menschen in diesen Dingen unter er zwingt keinen zur Erlösung er zwingt keinen heilig zu leben er sagt wenn du es möchtest helfe ich dir wenn du es nicht möchtest halte ich mich zurück und wenn du das über einen längeren Zeitraum machst dann besteht die Gefahr dass ich komplett verlasse so das Fleisch und dessen Werke die sind tödliche Feinde für uns als Kinder Gottes das Fleisch und die Werke daraus das sind tödliche Feinde ein paar biblische Fakten über das Fleisch da habe ich Schrift wer sie dich nicht vorlesen möchte wenn du sie aufschreiben möchtest kannst du das tun ganz zu Hause gerne nachlesen ich werde sie aber nicht 20 mal wiederholen so gut aufpassen erwähne es vielleicht zweimal dass du eine gute Chance hast also Bücher abkürzen du musst nicht ausschreiben Apostelgeschichte erster Thessalonicher du kannst abkürzen dann geht es auch einfacher vielleicht ein Tipp wenn es einen interessiert wie ich mir meistens wenn ich Schriftverse höre von den Predigen wie ich das meistens aufschreibe ist das sagt einer 1. Thessalonicher 2. Vers 9 während die das schon sagen dann schreibe ich mir hin 2. Vers 9 und er ist dann erster das geht meistens schneller weil die Zahlen die überhört man so schnell aber so das Buch kann man sich eher noch schneller merken also es ist nur ein Tipp wir können jetzt üben das Fleisch ist schwach aber Gott der ist der Geist sorry meine Notizen EI steht da nicht gut aber der Geist ist willig also das Fleisch ist schwach und der Geist ist willig Matthäus 26 Vers 41 findet man das Matthäus 26 41 Der Wille des Fleisches ist auch dem Wille Gottes und dem Wille des Geistes absolut entgegen die sind gegeneinander Johannes 1 Vers 13 Johannes 1 13 Die Schrift sagt uns auch über das Fleisch dass es zu nichts Nütze ist das verleitet einige dazu ihr Fleisch komplett zu vernachlässigen aber auch da hat der Herr uns Verstand und Hirn gegeben und gesagt achte ein bisschen auf dich nicht übertreiben nicht das Fleisch verherrlichen und es zu einem Götzen machen wie es manche tun aber wir sollen es komplett vernachlässigen wir wissen aber das Fleisch ist zu nichts Nütze Johannes 6 Vers 63 ist das Johannes 6 63 die Bibel sagt uns auch dass das Fleisch viele Gelüste hat hat Verlangen und Gelüste und Triebe in sich und das kennen wir auch dass wir manchmal so Verlangen und Triebe haben und ich rede jetzt nicht unbedingt davon dass wenn ich einen Steg sehe dass ich total da muss ich das übrigens jetzt gerade mal sagen vielleicht wird er es noch hören ich weiß es nicht Bruder Ali hat mir ich glaube gestern war das hat er mir ein Bild geschickt von seinem Grill der hat gerade gegrillt und Fleisch war da drauf Spare Ribs war noch drauf und ich glaube so eine Ofenkartoffel also Grillkartoffel in dem Fall und hat dann sowas ähnliches gesagt gib es zu dir läuft das Wasser im Mund zusammen und da ist mein Fleisch hochgekommen und ich habe ihm hingeschrieben geantwortet dass das was er hier macht ist Folter und es ist verboten nach der Genfer Kommission für Menschenrechte ist das verboten Folter aber wir haben gelernt zu vergeben also habe ich ihm vergeben aber noch nicht vergessen das muss ich zugeben also unser Fleisch hat Verlang und Lüste Gelüste damit ist natürlich auch gemeint unreine Gelüste zum Beispiel nach anderen Frauen nach anderen Männern nach was weiß ich für irgendwelche komischen Taten oder Macht Gelüste und so weiter das Fleisch hat das alles so über Gelüste lesen wir was in Galater 5 Vers 16 zum Beispiel Galater 5 Vers 16 Epheser 2 Vers 9 2 Vers 9 in Epheser kann es auch noch was lesen in 1. Petrus 2 Vers 11 1. Petrus 2 Vers 11 es bringt nichts auf die Bildschirme jetzt zu schauen weil diese Verse werden nicht projiziert ich sage es nochmal also zuhören die Schrift sagt uns auch wir sollten den Schmutz des Fleisches entfernen natürlich meint die Schrift nicht dass du nicht duschen sollst ich möchte aber dazu bemerken bitte tu es diesen Schmutz gerne entfernen aber davon ist nicht die Rede Sünde zum Beispiel solche Dinge Schmutz und Dreck und böse Gedanken was auch immer das ist alles wie Schmutz an einem vom Fleisch hervorgebracht und das müssen wir abwaschen durch Gebet Schmutz wo haben wir es 2. Korinther 7 Vers 1 2. Korinther 7 1 hier ist nochmals ein anderer Vers haben wir vorhin schon aufgeschrieben nur anders formuliert das Fleisch hat böse oder viele böse verlangen ist ähnlich wie gelüstet damit gemeint und den Vers habt ihr schon Epheser 2 Vers 3 und die Schrift sagt uns dem Fleisch kann man nicht trauen das ist nun mal so du kannst dem Fleisch der Sünde und so weiter nicht trauen wie viele Menschen da draußen sind schon enttäuscht worden weil sie sich auf jemand anderen verlassen haben ihm getraut haben und dann wurden sie bitter enttäuscht das ist halt die Natur des Fleisches die enttäuscht aber auf den Herrn können wir uns immer verlassen der wird uns nicht zurücklassen der wird uns nicht hängen lassen der wird uns nicht enttäuschen nun er wird vielleicht manchmal Sachen sagen und tun die uns nicht gefallen das mag sein aber er wird uns nicht enttäuschen wie es da draußen der Welt üblich ist enttäuschen habe ich glaube ich oder nicht trauen habe ich noch nichts gesagt also Philippa 3 Philippa 3 Vers 3 bis 4 die Schrift sagt uns auch wenn wir auf das Fleisch sehen werden wir Verderben ernten wenn wir also auf das Fleisch nur bauen hoffen trauen und darauf aussehen auf die fleischlichen Fähigkeiten menschlichen Fähigkeiten die wir haben dann werden wir das Verderben schlussendlich ernten wir können vielleicht in dieser Welt sehr erfolgreich werden wenn wir auf unsere fleischlichen Fähigkeiten und menschlichen und persönlichen Fähigkeiten uns verlassen aber wenn Gott in dem Ganzen nicht drin ist dann wird das egal wie viele Millionen oder Milliarden du auf dem Konto hast es wird schlussendlich ohne Gott zum Verderben führen Galater 6 Vers 8 ist das Galater 6 Vers 8 das Fleisch verursacht viele Sünden Kolosser 2 Vers 11 Kolosser 2 11 es ist nicht immer der Treufel es ist nicht immer der andere ein großer Feind ist das Fleisch und oftmals vielleicht sogar der größte Feind weil der ständig da ist den Teufel kannst du vertreiben in Jesus Namen kannst du sagen hier mach den Haas hau ab in Jesus Namen dann muss er weichen aber du kannst dich vor dem Spiegel sehen stehen und sagen hey du in Jesus Namen hau ab und die Kleider fallen runter und da steht nur noch eine Seele und sagt yeah jetzt sind wir los funktioniert nicht das Fleisch geht mit dir ins Bett und es steht mit dir wieder morgens auf und wenn du Pech hast stehst du mit dem Fleisch auch nochmal nachts auf aber aus anderen Gründen oftmals das Fleisch beschmutzt das Gewand der Gerechtigkeit das ist alles so eine Symbolsprache das sind alles so Metaphern das Gewand der Gerechtigkeit das ist das was der Herr uns gibt er kleidet uns in seiner Gerechtigkeit und natürlich ist das kein Gewand sowas wie hier eine Jacke oder was auch immer das ist alles im übertragenen Sinne gemeint es ist seine Gerechtigkeit die uns kleidet so dass der Herr das sündhafte Wesen nicht sieht was ja noch unten drunter da ist aber wir können dieses Gewand beschmutzen wenn wir das Fleisch regieren lassen dann sitzen wir am Tisch mit einem beschmutzten Gewand wir wissen ja was das bedeutet natürlich in dem Gleichnis ich verstehe das auch da ist nicht die Braut Christi gemeint sondern das sind die anderen gemeint aus dem Hause Israel die da einfach am Tisch des Bräutigams sitzen mit einem beschmutzten Gewand die werden auch hinausgefördert weil wir sind ja die Braut Christi sind ja nicht die Braut sitzen zugleich als Gast sozusagen noch am Tisch aber hier sehen wir die Gerechtigkeit die kommt vom Herrn und die kann beschmutzt werden Judas 23 und jetzt frag bitte nicht nach dem Vers Judas 23 für diejenigen die nicht lachen es gibt nur ein Kapitel gut jetzt kommt es manchmal dauert es also ein bisschen das verstehe ich ich muss mal kurz ein bisschen springen die Schrift sagt uns dass unser Körper das ist der Tempel des Heiligen Geistes du und ich wir sind ein Tempel und der Tempel Gottes den dürfen wir oder sollten wir nicht beschmutzen den sollten wir nicht entheiligen der Herr wohnt in diesem Tempel in 1. Korinther 3 16 steht es wisst ihr nicht dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt der Herr wohnt in uns und jetzt ist es so da wir immer noch unser Fleisch haben geht es jetzt um beide es geht um Jesus und es geht um den Teufel beide sie wollen Herr sein in deinem Leben aber wem lassen wir regieren nun wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist da haben wir schon eine gute Entscheidung getroffen wir sollten nur zusehen dass der Tempel auch in einem guten Zustand bleibt sodass der Herr in diesem Tempel weiterhin bleibt und dass der Herr auch Herr und Gott in diesem Tempel ist aber der Teufel wird trotzdem kämpfen und versuchen Herr zu werden über dich über deine Seele über dein Leben und aus diesem Grund gibt es diesen Konflikt zwischen Geist und dem Fleisch mich hat jemand mal gefragt vor einiger Zeit immer diese Kämpfe wann wird es denn aufhören mit diesen Kämpfen wann wird das aufhören das wird aufhören wenn wir bei dem Herrn sind wir werden immer Kämpfe haben es werden nicht immer dieselben oder die gleichen Kämpfe sein es werden als andere sein aber unser Fleisch wie gesagt ist immer wieder da und am Anfang haben wir vielleicht diese Kämpfe als sehr intensiv erlebt und irgendwann je länger wir mit dem Herrn gehen werden diese Kämpfe vielleicht diese gleichen Kämpfe nicht mehr so intensiv weil Fleisch meldet sich wieder kriegt sofort einen auf den Deckel vor einer Anfangszeit hat sich nicht nur gemeldet ist es schon halb aus dem Grab wieder rausgekommen deswegen war der Kampf so intensiv aber irgendwann haben wir gelernt rechtzeitig einzugreifen irgendwann haben wir gelernt was es bedeutet den Geist regieren zu lassen so werden die Kämpfe zwar abnehmen aber sie werden immer mal wieder kommen so hier auf dieser Erde der Herr hat uns da der Herr hat uns keinen Rosengarten versprochen indem wir einfach nur auf der Wiese liegen an irgendeiner Rose schnuppern und was weiß ich kommt immer irgendwann eine Fee vorbeigeflogen die gibt dir ein bisschen Wasser zum trinken und trinkt jemand was zum essen und so das ist nicht der Fall wir haben Kämpfe wir haben auch Alltagskämpfe es ist kein es ist da kein Unterschied zwischen den Menschen in der Welt und uns die da draußen haben auch ihre Kämpfe die da draußen machen sich auch Sorgen wie sie ihre Rechnungen zahlen können und andere Kämpfe und wir haben manchmal auch diese Kämpfe nur das der riesen riesengroßen Vorteil den wir haben ist wir haben eine Ressource die die nicht haben und das ist der Gott dem alles gehört das ist Jesus Christus wir können zu ihm hingehen wir brauchen nicht irgendwann in Hoffnungslosigkeit versinken sondern wir können zum Herrn gehen aber natürliche Kämpfe werden auch wir haben und geistliche Kämpfe natürlich auch auch Sünder haben als geistliche Kämpfe aber sie haben halt keine Kraft dem zu widerstehen reist den Herrn dafür dass der Herr so gnädig ist mit uns in Galater 5 Vers 17 steht dieser Konflikt noch beschrieben Galater 5 17 denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch die sind gegeneinander so dass ihr nicht tut was ihr wollt so die kämpfen miteinander der Geist und das Fleisch aber wir können uns immer noch entscheiden den Herrn regieren zu lassen und ich habe es schon mal erwähnt bestimmt auch wenn du dir überlegst den Gerasener der besessen war mit so vielen Dämonen mit so vielen Teufeln aber trotzdem konnten sie ihn nicht zurückhalten zu Jesus zu gehen weil ob sie es wollen oder nicht müssen sie den Willen des Menschen ebenfalls respektieren weil Gott es so beschlossen hat und deshalb versucht der Feind den Willen des Menschen zu umgehen den Willen des Menschen zu manipulieren über das Fleisch über Gefühle über Substanzen ob es Drogen sind Alkohol sind und das ist der Grund weshalb wir uns nicht in Abhängigkeit begeben wollen Abhängigkeit von unserem Fleisch in Form zum Beispiel von Alkohol weil die Substanz Alkohol an sich die ist nicht moralisch schlecht oder moralisch gut das ist eines von vielen Substanzen aber das Problem ist was es mit unserer Birne macht das Problem ist was es mit unserem Willen und unserer Willenskraft macht und wir werden dadurch beeinflussbar von diesen ganzen unreinen Geistern die da sind es ist erstaunlich wie offen die das manchmal auch zeigen wenn du dir überlegst im Englischen kennt man das zum Beispiel diese harten Alkoholiker die werden ja auch gerne mal als Spirits bezeichnet als Geister ich weiß nicht gibt es nicht sowas wie Weingeist oder irgendwas ich weiß nicht genau kennen mich da nicht so sehr aus im Deutschen aber du siehst die Substanz ist es nicht aber die Geister gehen damit einher weil jetzt dieses der Willen versucht er außer Kraft zu setzen und das ist das gefährliche an diesen Dingen und anderen Drogen natürlich auch und andere Dinge und das ist die Art und Weise wie er versucht die Menschen auch gefangen zu halten unten zu halten und deshalb sind wir halten wir uns fern von diesen Dingen wir sind freigeworden davon und wir halten uns fern weil jemand der vorher von mir aus Alkohol getrunken hat oder Alkoholiker war also ich meine jetzt wirklich drin gefangen war das Fleisch ist noch da und diese Gelüste in bestimmten Situationen die kommen immer mal wieder hoch das sind Dinge bei jedem wahrscheinlich anders die diese Gelüste des Fleisches nach dem Alkohol zum Beispiel wieder triggern also wieder auslösen und da wenn das der Fall ist müssen wir sofort ins Gebet gehen müssen diesen Geist der Bind im Namen Jesus und wir können das Fleisch wieder kontrollieren aber das ist die gefallene Natur das wird immer mal wieder hoch gehen wenn es kein Alkohol ist ist es vielleicht andere Dinge bei anderen Menschen es ist egal was das kommt immer mal wieder hoch aber hey wir können es besiegen durch die Kraft des Herrn die die liebe sein ich vergieße es die Bibel beschreibt auch diesen Konflikt auf verschiedene Art und Weise sie benutzt verschiedene Darstellungen um das zu beschreiben ich springe jetzt wirklich drüber und gehe nicht in die Schriftverse mehr drauf ein weil das schaffen wir nicht die Bibel spricht von zwei Geburten es gibt die natürliche Geburt es gibt die geistliche Geburt dann beschreibt das alte Testament und das neue Testament einen Typus und einen Antitypus zum Beispiel sehen wir im alten Testament den Ismael der Ismael der ist nicht aus dem Bille Gottes geboren der ist aus dem Bille des Menschen geboren aus menschlicher Planung menschlicher Handlung aber Isaac das ist das Wunderkind das ist aus dem Geist geboren weil der Herr es wollte auch hier sehen wir also wieder eine vergleichende Beschreibung die auch darauf hindeutet dann sagt die Bibel auch dass es zwei Wesen gibt die Natur des Menschen und die Natur des Geistes dann wie gesagt ich springe mit diesen ganzen Schriftversen es gibt auch zwei Lebenswege wir können uns entscheiden entweder nehmen wir einen Lebensweg des Fleisches dann führt der den Tod und in die Verdammnis oder der andere Lebensweg der führt zum Leben und zur Erlösung dann redet die Beschrift auch von zwei Gesetzen damit ist aber nicht gemeint ein Gesetz wie wir das jetzt hier kennen Straßenverkehrsordnung oder sowas sondern es ist von Prinzipien die Rede das Gesetz des Fleisches und das Gesetz des Geistes dann redet die Bibel auch von zwei Vätern sie redet einmal von Adam der das ganze Elend mit reingebracht hat über die Menschheit durch dessen Fall die Sünde und das Verderben kam und von einer Generation auf die nächste kam aber dann kam der zweite Adam Jesus Christus und durch ihn kam die Erlösung der eine brachte Verdammnis der andere Erlösung so das eine bringt Verdammnis und das auch hier wieder immer diese zwei Dinge die gegenüber gestellt sind dann redet die Schrift auch von zwei Sinnen Einstellung der natürliche fleischige Sinn und der geistliche und der natürliche Sinn der versteht vieles nicht was in der Schrift steht was gepredigt wird was gelehrt wird das ist ihm erst mal völlig fremd das muss er erst mal lernen er muss erst mal den geistlichen Sinn bekommen um es überhaupt zu verstehen es gibt Theologen die Schrift wunderbar zerlegen können die wunderbar mit der Hermeneutik umgehen können also mit der Auslegung Interpretation der Schrift die können alles einhalten und trotzdem haben sie den geistlichen Sinn nicht und trotzdem glauben sie nicht an einen Gott und so weiter dann redet die Schrift von zwei Menschen der natürliche Mensch und der geistliche Mensch und jetzt zum Schluss nur die biblische Methode wie wir unser Fleisch wie wir es kontrollieren können und das ist keine schöne oder gemütliche Methode aber sie ist sehr sehr erfolgreich und man hört es nicht gerne aber es heißt kreuzige dein Fleisch kreuzige es Römer 6 ich springe jetzt Römer 6 Vers 6 wir wissen ja dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist damit der Leib der Sünde vernichtet werde sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen Galater 2 Vers 20 sagt auch dass Paulus gekreuzigt ist mit Jesus oder für mich dahing gegeben sagt er auch in Galater 5 Vers 22 bis 25 die die Christus angehören haben ihr Fleisch gekreuzigt in Galater 6 Vers 14 steht dass wir der Welt gekreuzigt sein sollen die Welt hat ja einen guten Bezug zum Fleisch die kann das Fleisch ansprechen und beeinflussen und da müssen wir gekreuzigt sein gekreuzigt heißt dass wir dem ganzen gegenüber Tod sind Tod bedeutet dass wir es nicht mehr wahrnehmen dass wir nicht mehr darauf reagieren dass wir nicht mehr das tun wollen und deswegen sagt er ich sterbe täglich das ist nicht immer einfach wenn du unterwegs bist und dann kommt irgendein ein weltliches Lied was ein Beat hat der dich anspricht was eine Melodie hat die dich anspricht und du gehst so leicht schon mit aber die Texte die dann gesungen werden und die Geister die damit einher gehen und losgelassen werden auf diejenigen die empfänglich sind diesen Liedern und Sachen gegenüber das zeigt dir der Feind nicht und wenn wir darauf reagieren sieht das der Feind und sieht dann Eintrittspforten wie er Einfluss in deinem Leben gewinnen kann das ist ja das gefährliche die weltliche Musik wird von weltlichen Personen gespielt die Geister in sich und an sich haben und diese Lebenseinstellung die die haben das ist auch in ihren Liedern in gewisser Weise nicht vielleicht in jedem Lied aber in ihrem ganzen Ensemble an Liedern ist das vertreten und wenn wir darauf reagieren dann sehen dass die anderen Geister um uns herum wir haben eine Wolke voller Zeugen nicht vergessen die sehen dass uns das gefällt und dann werden wir immer mehr von diesem Künstler was hören zufällig nur immer mehr darauf aufmerksam gemacht der Algorithmus bei TikTok wunderbar funktioniert auf einmal immer in diese Richtung und so weiter auf Facebook und auf Instagram und wo auch immer man sich rumtreibt das wird dann immer mehr werden und er versucht Einfluss zu gewinnen so müssen wir aufpassen mit solchen Sachen deswegen kreuzige dieses Fleisch das nächste ist das letzte drei Voraussetzungen um ein Jünger für Jesus zu sein lesen wir in Lukas 9 Vers 23 lese ich nur da sprach er zu allen wer mir folgen will der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach zusammengefasst selbst verleugnen täglich unser Kreuz tragen und Jesus folgen das zeichnet Jünger aus wenn wir beten fasten Bibel studieren Treue sind zum Gottesdienst Altar Arbeit machen Abendmahl halten Fußwaschung machen unsere Feinde lieben unsere Zeit und unser Geld geben zu der Arbeit des Herrn Zeugnis geben und 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 dann sind das alles Mittel und Wege wie wir unser Fleisch kreuzigen können denn vieles davon gefällt unserem Fleisch nicht immer eigentlich gefällt unserem Fleisch gar nichts davon aber wir spüren es manchmal mehr und manchmal weniger halte durch du bekommst bald einen neuen Körper hey das war kein Diätversprechen halte durch lass uns mal aufstehen dem Herrn danken halleluja Jesus wir danken dir für die Hoffnung die wir haben dürfen her